Okay, es geht weiter, mein Headset nervt richtig. Okay, was ist das? Mein Name ist Gordon und er... Äh, ja, ja... Items, ähm... Ich soll ihn ja aufmuntern. Der Ring, der Ring meines Bruders, ich verstehe. Das waren seine letzten Worte. Lernen. Hast du denn irgendwas anderes zu sagen, außer... Das waren meine letzten Worte meines Bruders. Ja, okay, du hast es jetzt gelernt. Gut so. Und das Kennwort lautet Wildrose. Items. Brem, brem. Scott Trin, äh, Scott Trin. Er, er lebt. Seine Kräfte verließen ihn, als er uns den Ring übergab. Ich verstehe. Hat er noch etwas gesagt? Nein, nichts. Präsenz und Hilda, nehmt den Ring in eure Obhut. Fang ihn! Nein, Prinz Kott hat ihn in euch vermacht. Er soll euch gehören. Und was soll ich jetzt mit dem Ring machen? Ich muss zugeben, dass ich mich in euch getäuscht habe. Immerhin habt ihr ihn infiltriert und seid wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Was erwartest du denn, wenn ich overleveled bin? Sagt, seid ihr immer noch bereit, eure Fähigkeiten in meine Dienste zu stellen? Wir benötigen jeden Kampfgrad, um das legendäre Metall Mitril zu finden. Lernen! Wir sind bereit. Ich sehe klar und deutlich, wie sich unsere Schicksalswege kreuzen. Geht nach Finn. Dies wird der erste Schritt sein, um eurem Schicksal zu erfüllen. Okay, äh, prüfen, Mitril. Okay, er hat keine Ahnung davon. Wir benötigen starke Kämpfer, so wie ihr seid, damit wir das magische Mitril sein. Bitte hilft uns. Okay, dann muss ich wohl erstmal das Mitril... In der Schlacht um Finn waren unsere Soldaten Waffen und rüstungstechnisch den imperialen Soldaten weit unterlegen. Ihre Waffen sind aus Mitril geschmiedet. Ich beauftrage Josef, aus Salamand, Nachforschung anzustellen. Doch seit längerem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Salamand und findet heraus, was passiert ist. Minju wird euch begleiten. Jetzt können wir endlich Kanu fahren, yeah. Auch der Imperator muss in der Schlacht um Finn große Verluste hinnehmen. Deswegen ist er nun... Er Pech, schnellstmöglich, den Zerstörer fertigzubauen. Lernen... Prüfen Zerstörer zwingt die Bewohner von Barfusk zum Bau des neuen Zerstörers. Der Zerstörer ist ein riesiges und mit schweren, geschützten, ausgerüstetes Luftschiff. Lernen... Die brauchen wir später im Spielen wieder. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Also, Minju ist ein Charakter, den man bei Final Fantasy Renaissance spielen kann. Also, nachdem man Final Fantasy 2 gespielt hat, kann man noch einen zweiten Modus spielen, wo man Minju und noch Scott und, äh, Josef und Salamand und noch ein paar andere spielen muss. Deswegen, ähm, muss man ihn gut ausrüsten. Und das werde ich auch. Magierstab. Mithrilhelm. Wieso hast du nichts? Okay, ich bin jetzt gut ausgerüstet. Magie, technisch, muss ich ihn auch noch ausrüsten. Okay, was für eine Magie kann er denn schon? What the fuck? Gut so. Hä? Wie zu sagen die so, dass ich ihn... What the fuck? Ey, liegt das daran, dass ich meine Charaktere gelevelt habe? Oder warum hat er das alles jetzt? Verdammte Kacke. Hä? Wieso kann er das nicht lernen? Wieso lernst du das nicht? Beinhalte den Zauberspruch Berserker. Wieso willst du das nicht lernen? Ah, du kleiner Spaß. Okay. Naja, ich muss auch Minio trainieren, weil er wird ja später in Renaissance-Modus... Warum bin ich eben in? Nein. Ja. Später mal. Also im Renaissance-Modus werde ich ihn gebrauchen. Deswegen werde ich ihn auch gut ausrüsten müssen. Rüsten. Einmal Lederhandschuhe für ihn, damit seine Verteidigung ein bisschen erhöht wird. Rüsten. Lederhandschuhe. Sehen wir mal seinen Status an. Och. Der ist ja eine Pussy, aber ein richtiger Pussy. Okay, dann müssen wir jetzt mal speichern. Damit wir jetzt einen neuen Gefährten dazu bekommen haben. Wir müssen jetzt Kanu fahren. Okay. Es gibt zwei Wege, die wir nehmen können. Ich nehme jetzt mal diesen Weg. Wir kommen dann zur Hafenstadt Palum. Palum! Ihr wollt nach Puff... Ja, nach Pufft? Ja, okay. Steigt schon mal aufs Schiff, da draußen im Hafen von Anker liegt. Es geht gleich los. Will ich zu Pufft? Will ich zu Pufft? Wo ist Pufft? Und die haben immer noch nicht erklärt, wie man das... Äh, die Karte... Oh, Luftschiff. Wie man... Pufft. Dies ist die Hafenstadt Pufft. Im Norden liegt Salamant und im Osten Bafusk. Achso, okay. Ähm, okay, warte mal. Wenn das so ist, dann geht... Äh... Ich will wieder rein. Wen muss ich wieder ansprechen dafür? Ja, ich will wieder zurück. Ja, ist klar. Also, ich will erst mal die Stadt Palum erkunden, bevor ich nach Salamant hingehe. Okay. Alles untersuchen mal. Pirat, One Piece, Palum und Pufft sind von den Angriffen des Imperators nach Whitekind verschont geblieben. Okay, da ist das Inn. Mit dem Schiff kommt hier nach Pufft. Ach, wirklich? Schwärmer, Digga. Machst du das immer noch das Gleiche? Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich hier keine... Ah, da kann ich... Doch, doch, doch. Ich kann kaufen. Alles ist zu schwach für ihn. Zum Glück habe ich alles gelevelt. Neue Magik, das auch noch. Bronze Helm. Bronze Harnisch. So. So. Rüsten mal die aus. Deren Verteidigung muss ich sowieso erhöhen. Weil sie haben ja keine... So. So und so. Okay, Waffen gibt's nix. Magie. Gucken wir uns das mal an. Da muss ich jetzt eigentlich Proterra... Aprotes und... Okay. Protes hole ich mir drei Stück. Und so. Okay, ich weiß, was ich jetzt leveln werde. Ordnen. Benutzt. Nein. Wo ist Protes? Da. Wo ist wieder Protes? So. Jetzt hast du Protes auch. So. Jetzt noch einmal Schutz. Ich weiß, Leute, das ist gerade langweilig, aber es ist wichtig. Und... Schutz. Okay, dann haben wir jetzt alles geholt, was man jetzt holen kann. Ich muss Minu sehr viel trainieren. Okay, da komme ich da hin. Mit denen habe ich hier schon geredet. Mit dir habe ich auch schon geredet. Ahoy, schöner Brot, komm her, ich lade dich auf eine Tasse Lebertran ein. Ich will weg hier. Die Städte, die Städte, die Städte, die Städte und Salaman werden anscheinend schon von kaiserlichen Armeen besetzt gehalten. Okay. Okay. Dies ist die Stadt der Freiheit. Palum. Lasst euch dort auch hier nieder. Ist nicht Palum auch eine Stadt in Final Fantasy 13? Was machst du, Melke? Willkommen in unserer kleinen Habschen nach Palum. Okay, dann gibt's nur raus. Hab dann alles geholt, was man holen kann. Und jetzt gehe ich nach Poft. Warte mal, ich habe jetzt alles gemacht, was in der Lösung stand. Okay, dann muss ich als Diener jetzt nur trainieren und trainieren und trainieren. Poft. Schon wieder. Was gibt's im Pub? Barfuß, die Stadt im Osten ist von den Imperialen Streitkunden kopiert worden. Die bauen dort etwas Grauenvolles. Okay. Barfuß. Habt ihr denn irgendwie nichts anderes zu sagen als das? Ihr habt euch alle behindert im Kopf. Ja, selbst der... Es wird euch mal ein... Ach, was bist du denn, Niner? Ihr wollt aufs Schiff? Dann rückt mal mit dem Zaster raus. Prüfen. Ähm, Wildrose. Mithril. Zerstörer. Püff, über diese fliegende Blechkiste kann ich nur lachen. Auf die Leistung kommt es ran. Luftschiff? Wenn ihr aufs Luftschiff wollt. Bezahlt meine... Äh, meine... Meine Gehilfen. Ähm. Okay, da muss ich sowieso später mal hin. Erstmal nach Salamand. Ah, neue Rüstung. Hier kann man irgendwie... Äh, Bronze... Bronze Helm. Wieso haben wir alles gleich hier? Oh. Okay. Habt ihr schon das Luftschiff gesehen? Es gehört Zid. Außer Zid ist wohl auch keiner, der in der Lage ist, so ein fliegendes Schiff zu steuern. Immer wieder kommt der Name Zid vor. Okay, da ist der Ausgang wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich hundertprozentig ist das da auch, der Ausgang. Okay. Warum guckt ihr eigentlich Waffen nach? Egal, das ist alles für euch hier. Ich hoffe immer, hier gibt es neue Magie. Ja, ist klar. Alles ist gleich. Okay. Ach, den hab ich noch nicht gezeigt. Aber der ist schon tot. Das war ein schneller Kampf. Im Ost... Äh, nein, äh. Monsterboar. Hier sind die Gegner, die ich meinte. Warte mal. Guter Scheidmenü. Gut so, gut so. Porsche erhalten. Warte, im Norden ist die Stadt. Im Osten ist Barfusk. Okay, da ist... Ich habe Knoblauch erhalten. Das muss jetzt die Stadt sein, oder? Salamand. Ich hätte echt gedacht, dass die Stadt, ähm... Etwas mit Feuer zu tun hat, wie Salamand, ähm... Keine Ahnung. Fairy Tail hat mich geprägt. Mhm. Lernen, 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 lernen. Engel. Anti. Wann hab ich? Teleportiert die Opfer in eine andere Dimension. Oder die Gefährten in die Weltmodus. Ist das also nicht das Gleiche? Egal, trotzdem holen. Okay. Ja, das Ausrüsten mache ich sowieso stand... Äh, Offscreen. Waffen. Langschwert. Alles ist schwach. Dann hole ich mal mal Ausrüstung. Alles ist noch gleich. Warte. Achso. Okay. Ach, ich weiß schon, was ich als Sinn ist, mache. Leveln. Leveln, leveln, leveln. Dun, 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 dun. Ich habe... Ich bin unsterblich in Josef verliebt. Doch, ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last. Ist da Josef hier drin? Anscheinend nicht. Doch, hier ist doch Josef, oder? Was wollt ihr? Prüfen. Äh, Mithril. Mithril? Wir haben es immer noch nicht finden können. Es gibt Hinweise, aber... Was interessiert euch das überhaupt? Ihr seid Fremde. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr euren Mut unter Beweis stellen. In der Nähe des Wasserfalls von Simit gibt es eine Höhle, in der... In der die Bewohner unserer Stadt Zwangsarbeit leisten müssen. Befreit sie, und ich werde mehr erzählen. Okay, du Eierkopf. Und du bist in so einen Eierkopf verliebt? Pech gehabt. Alle männlichen Einwohner von Salamant müssen als Sklaven in einer Höhle in der Nähe des Wasserfalls von Simit mal lochen. Bitte befreit sie. Südlich von hier seht ihr die Wasserfälle von Simit. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der Mithril abgebaut wird. Ja, klar. Was gibt's da? Was ist hier drin? Och, hier ist die Kirche. Okay, da kommen wir so... Okay, dann hab ich alles. Okay, südlich von hier. Ach, das mach ich im nächsten Part. Tschüss!